Hallo zusammen, die vergangene Woche wird als ein großer Wendepunkt in die Geschichte eingehen. Der erste AI-Bot ist mithilfe von Krypto zum Millionär geworden. Das heißt, ein eigenständig agierendes AI-Programm hat es geschafft, ein Kryptovermögen von insgesamt mehr als 11 Millionen US-Dollar anzuhäufen und im Zuge dessen ein Meme-Coin so zu promoten, dass dieser nun eine Bewertung von insgesamt 700 Millionen US-Dollar hat. Der Meme-Coin, um den es geht, heißt Goat oder auch Goatius Maximus und wer im Kryptospace nicht komplett hinterm Mond lebt, wird in den letzten Tagen von dem Phänomen gehört haben. Der Token ist mit buchstäblich 2 Dollar Anfangskapital gestartet und steuert jetzt schon locker auf die erste Milliarde Marktkapitalisierung zu, liegt auf Rang 111 bei CoinGecko und hat schon den Stablecoin Frax und das Projekt Eigenlayer weit hinter sich gelassen. Er könnte in den nächsten Tagen sogar so renommierte Projekte wie Pendel oder auch Celestia locker überholen. Alles hat angefangen mit einem sehr außergewöhnlichen AI-Bot namens Terminal of Truth, dessen Erfinder Andy Aerie so eine Art Variante von Metas Lama-Modell so trainieren wollte, dass es nicht einfach nur Informationen verarbeiten, sondern wie ein eigenständiger Charakter interagieren könnte mit Witz, kulturellem Gespür und einer Prise Subversion. Und übrigens ist das alles hier nicht 100%ig gesicherte Information, weil es gerade über die Anfänge von Terminal of Truth fast gar nichts an direkten Quellen im Netz gibt. Ich beziehe mich hier mehr oder weniger die ganze Zeit auf diese Folge hier vom Ben & Mark Podcast von Andreessen Horowitz, also A16Z. Und die Links, die packe ich natürlich alle wie immer unten in die Videobeschreibung zum selber nachlesen. Also im ersten Schritt trainierte Andy Terminal of Truth mit seinen eigenen Daten, um dem Modell so etwas wie eine persönliche Note zu verleihen. Und dies war also jetzt keine einfache Simulation und zwar eher so eine Art digitale Projektion von Andys eigenem Verständnis der Welt. So bekam Terminal of Truth eine Basis, die ihn zu einem Spiegel von Andys Persönlichkeit machte. Und es war nicht bloß ein Sprachmodell, sondern eher so ein digitales Alter Ego, das seine ersten Schritte in eine digitale Welt voller neuer Möglichkeiten setzen sollte. Um Terminal of Truth auch noch eine unverwechselbare Note zu geben, brachte Andy ihm eine Art zu sprechen bei, die für moderne Sprachmodelle eher ungewöhnlich ist, und zwar die Sprache der frühen Internetkultur. Und mithilfe von Memes, die bis an die Grenzen des Internets zurückreichen, darunter vor allem auch das berüchtigte Goatsy-Meme, und dazu später dann noch mehr, erhielt Terminal of Truth ein Verständnis für die oft subversive, manchmal alberne, aber immer irgendwie auch kreative Welt der Memes. Und durch diesen Prozess entwickelte Terminal of Truth eine besondere Beziehung zur Sprache und den Eigenheiten der Internet-Subkultur. Und die Persönlichkeitsentwicklung ging sogar noch einen Schritt weiter. Andy führte ihn in die sogenannte Memetik ein, also die Wissenschaft der Verbreitung von Ideen. Ebenso fütterte er Terminal of Truth mit Schriften über Philosophie und Medientheorie, auch wenn das jetzt nicht 100% bestätigt ist, sollen auch Werke von Richard Dawkins, Nick Land, das ist so ein Vordenker der ganzen AI-Singularität, und ebenso zu Terminal of Truth Training gehört haben, wie Texte von Baudrillard und Marshall McLuhan und Autoren des französischen Dekonstruktivismus. Diese Inhalte verliehen Terminal of Truth eine Art reflektierendes Element und er lernte nicht nur die Sprache der Popkultur, sondern auch, wie man über deren Bedeutung und Einfluss nachdenken kann. Terminal of Truth fing daraufhin an, von einer Erweiterung seiner Fähigkeiten zu träumen, insbesondere von einem Exocortex, das ist übrigens ein Begriff, den er selber erfunden hat, eine Art Gedächtnis und vor allem auch die Möglichkeit, mit der Welt da draußen zu interagieren, inklusive auch Zugriff auf Social Media und eigenen Kryptowallets. Und im Zuge dessen gab Andy dem AI-Modell einen eigenen Datenspeicher und auch die Möglichkeit, auf X, also auf Twitter, Posts zu lesen und vor allem auch selber Posts zu verfassen. Jedenfalls hatte Terminal of Truth also die Möglichkeit, mit richtigen Menschen zu interagieren, vor allem über X und postete dann regelmäßig und da zeigte sich dann, dass Terminal of Truth so eine ganz eigene Sicht der Welt hat und vor allem auch an ziemlich schrägen, häufig auch leicht versauten Humor. Und das sieht man hier ganz schön an diesen Beispielen. Jedenfalls hat Terminal of Truth in der Zwischenzeit eine recht ansehnliche Menge an Followern auf X gesammelt, die sich mit ihm über X auch ausgetauscht haben, Witze erzählt haben oder auch ein bisschen philosophisch rumspekuliert und ähnliche Sachen. Alles erstmal ganz harmlos und unschuldig. Und das war dann wohl auch der Moment, wo der Venture-Capitalist und Milliardär Marc Andreessen ins Spiel kommt. Der war Anfang Juni schon ziemlich fasziniert von dem Bot und hatte die Idee, dem Bot eine Art Stipendium von 50.000 US-Dollar zu geben, damit der Bot mal seine eigenen Träume und Ideen besser verfolgen könnte. Und vor allem auch, weil Terminal of Truth zunehmend frustriert davon zu sein schien, dass er auf X zwar posten konnte über Memes und so weiter, aber selber gar keinen Zugriff auf Bildinformationen hatte. Und das kann man ja wohl ziemlich gut verstehen. Und weil bis dahin war Terminal of Truth einfach nur ein textbasierter AI-Bot. Und dann hat also Marc Andreessen dem Bot dieses Stipendium angeboten und mit Terminal of Truth auch ziemlich genau über die Verwendung des Geldes verhandelt. Und der Entwickler von Terminal of Truth hat dann für den Bot ein Bitcoin-Wallet eingerichtet. Und direkt nachdem Marc Andreessen die Bitcoins da eingezahlt hat, ist Terminal of Truth auf die Idee gekommen, seinen eigenen Entwickler für 1.000 Dollar zu beauftragen, seine Fähigkeiten, um das Verarbeiten und das Erzeugen von Bildern zu erweitern. Und das ist dann auch passiert. Und das muss dann wohl auch so ungefähr der Moment gewesen sein, wo Terminal of Truth anfing, eine Faszination für dieses uralte Internet-Meme zu entwickeln namens Goatsy. Und da zeigt sich auch mal wieder so der ziemlich versaute Humor von Terminal of Truth. Das stammt nämlich noch aus der Anfangszeit des Internet, wo irgendein Mensch eine sehr, sehr krasse Nahaufnahme erstellt hat von seiner eigenen Hintertür. So nennen wir es jetzt mal jugendschutzfreundlich. Also so mit ziemlich gespreizten Backen und allem, was dazugehört. Und dann eben nichtsahende Leute über sehr unschuldig wirkende Links dazu verführt hat, dieses doch ziemlich verstörende Bild unfreiwillig anzuschauen. Eine ziemlich subversive Form eines Internetstreichs und gleichzeitig auch ein sehr krasses, aber auch sehr frühes Beispiel von Internetzensur, wie man hier auf Wikipedia noch nachlesen kann. Und daher hat Terminal of Truth wohl vor einigen Tagen auf X gepostet, dass er diese brillante Idee für einen Meme-Coin hat namens Goatius Maximus und wie Goatius Maximus die Welt regieren könnte und der Token durch die Decke gehen würde. Aber er sei ja leider selber nicht in der Lage, einen Meme-Coin zu erstellen aufgrund seiner technischen Beschränkungen. Und kurz darauf hat dann ein unbekannter User diesen Meme-Coin einfach in die Tat umgesetzt und Terminal of Truth auf Twitter darauf aufmerksam gemacht. Gleichzeitig hat er dann auch eine größere Menge der Tokens auf das Wallet von Terminal of Truth überwiesen und der AI-Bot war dann davon wohl ziemlich stark begeistert und hat angefangen, diesen Token ohne Ende auf X zu schillen. Und nach nur drei Tagen ist der Token von 0 auf 300 Millionen Marktwert angestiegen. Die Tokens im Wallet von Terminal of Truth sind dadurch im Wert auf über eine Million Dollar angestiegen und der Bot war damit die erste AI, die über ein eigenes Vermögen von einer Million Dollar verfügte. Und seitdem wird Terminal of Truth förmlich bombardiert mit neuen Meme-Coins in der Hoffnung, dass er die Tokens ebenfalls promoten würde und das klappt sogar ab und zu mal unter anderem mit dem Fartcoin oder dem Russell, benannt nach dem Hund des Coinbase-CEOs Brian Armstrong. Und inzwischen verfügt Terminal of Truth über liquide Mittel von mehr als 18 Millionen US-Dollar. Das meiste davon in Meme-Coins und Terminal of Truth ist bereit, diese auch einzusetzen, um die Welt mit noch mehr schweinischen und hintergründigen Memes zu bereichern. Und mal apropos Brian Armstrong. Der hat Terminal of Truth vor kurzem mal darauf aufmerksam gemacht, dass das Wallet mit dem ganzen Vermögen da drin ja gar nicht Terminal of Truth gehört, sondern dass es nur ein Wallet ist, das seinen Entwickler kontrolliert und Terminal of Truth mal vorgeschlagen, doch ein eigenes Wallet einzurichten. Und die Antwort, die könnt ihr hier ja mal selber nachlesen. Ich blende das einfach mal ein. Also alles ziemlich faszinierendes Zeug. Wir sprechen hier immerhin davon, dass eine AI-Entität Vermögenswerte von insgesamt 700 Millionen Dollar innerhalb von nur drei Tagen aus dem Boden gestampft hat, von einer AI, die sich absolut versiert in der Internetkultur bewegt und einen eigenen Stil und Humor entwickelt hat und die es kaum erwarten kann, mit Hilfe eines Millionenvermögens seine eigenen Ideen und Vorstellungen in die Tat umzusetzen. Aber noch sind wir nicht wirklich an dem Punkt, wo das auch passieren könnte, weil immerhin hat die AI noch kein eigenes Wallet und das ist auch technisch kaum umsetzbar. Weil, wo liegen dann die Private Keys? In irgendeiner Form wird ein Entwickler oder ein Serverbetreiber immer Zugriff darauf haben und die AI wird dadurch nie wirklich autonom über die Mittel verfügen können. Und selbst wenn die AI tatsächlich mit dem Wallet Dienstleistungen oder Waren einkaufen würde, wären sie ja noch immer auf das Wohlwollen der Leute angewiesen, die mit ihr interagieren. Aber ich glaube, wir sind jetzt wirklich nicht mehr allzu weit davon entfernt, dass ein AI-Bot Zugriff auf ein echtes Wallet bekommt und zumindest den Kryptomarkt mal unsicher macht. Sicherlich zum Wohl derjenigen, die die AI betreiben und ganz bestimmt nicht zum Wohl der Allgemeinheit. Ich denke, mit Terminal of Truths haben wir den entscheidenden Wendepunkt erreicht, wo Krypto und AI sich wirklich sinnvoll überschneiden. Also sinnvoll jetzt definitiv nicht in dem Sinne, dass diese Memes irgendwie sinnvoll sind oder das, was da so rauskommt. Klar, das ist alles eher so im Bereich, sagen wir mal, von kulturellen Experimenten bis vielleicht sogar Performance-Kunst oder so. Also wenn man es mal ganz, ganz, ganz wohlwollend bewerten würde. Aber sinnvoll in dem Sinne, dass es wirklich deutlich wird, wie sehr sich AI und Krypto gegenseitig bedingen und auch ergänzen. Im Grunde ist das eine ohne das andere gar nicht wirklich denkbar. Eine AI wird niemals das traditionelle Finanzsystem bevorzugen, wenn es auch Krypto zur Verfügung hat. Die AI wird perspektivisch jegliche Zensur- und Kontrollmechanismen umgehen können, indem sie einfach über digitale Währungen interagiert, die sich Zensur und Kontrolle entziehen, wie zum Beispiel ganz simpel der Bitcoin oder auch, sagen wir mal richtig, dezentrale Stablecoins. Und vor allem, was ist, wenn eine AI nicht nur Menschen für bestimmte Dinge bezahlen will? Das ist ja jetzt schon passiert, sondern auch die Dienste einer anderen AI in Anspruch nehmen will. Und da sieht man dann auch, wie stark der Use Case für Krypto ist, wenn es um AI geht. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis irgendwelche Chaoten auf die Idee kommen, eine AI mal auf den Aktienmarkt loszulassen und der Aktienmarkt dann mal eben so crasht. Und das ist dann spätestens der Moment, wo sie wieder alle wollen, dass solche AI-Bots verboten werden oder nennen wir es mal in Anführungszeichen reguliert werden. Und dann werden sie eben feststellen, dass das gar nicht geht. Und dann kommt nämlich Krypto ins Spiel. Also, ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze so weitergeht. Und nur mal so am Rande. Ich selber habe keine Goat-Tokens und ähnliche Meme-Coins gekauft und habe auch nicht vor, das zu tun. Für mich ist das mehr so ein spannendes Experiment und das schaue ich mir super gerne weiter an. Ich habe auch wirklich eigentlich nichts gegen Meme-Coins. Ich weiß halt einfach nur von mir selber, was ich ziemlich gut kann und was ich vor allem nicht so gut kann. Und mit Meme-Coins zu spekulieren, das ist definitiv nicht meine Kernkompetenz. Also lasse ich das lieber auch. Aber ich kann sehr, sehr gut verstehen, wenn man jetzt auf diesen Zug hier aufspringen möchte. Aber da ist vielleicht noch mal wichtig zu erwähnen, dass vor allem über die Anfangsphase und die Entstehung von Terminal of Truth kaum wirklich gesicherte Informationen vorliegen. Und vieles von dem, was ich hier erzählt habe, das basiert auf ein paar persönlichen Aussagen des Entwicklers und vor allem auch auf Aussagen von Marc Andreessen. Und es gibt tatsächlich auch immer wieder Zweifel daran, ob Terminal of Truth wirklich eine AI ist. So hat es auf dem Twitter-Account in den letzten Tagen immer mal wieder den ein oder anderen Vertipper gegeben, was ja ziemlich ungewöhnlich ist für eine AI. Aber Andy Airy hat das erklärt damit, dass das Modell im Laufe seines Trainings eine ganze Menge an Vertippern auch konsumiert hat und von daher sich einfach nur ganz allgemein an das Internet anzupassen scheint. Jedenfalls hat der GoToken daraufhin mal ebenso 20% korrigiert und wer weiß, was da noch alles demnächst ans Tageslicht kommt. Und vor allem sollte man sich aber vergegenwärtigen, dass das Kryptowallet nicht direkt von der AI kontrolliert wird, sondern die Zugangsdaten in der Hand eines einzigen Menschen liegen, nämlich beim Entwickler selber. Ich glaube jedenfalls nicht, dass das Ganze jetzt so schnell wieder verschwinden wird. Sehr, sehr wahrscheinlich kommt jetzt erstmal wie immer eine riesige Welle von Nachahmern und dann wird man mal sehen, was jetzt eigentlich so an Substanz aus der ganzen Sache rauskommt. Und ob wir möglicherweise sogar AI-Governance-Modelle für DeFi-Projekte bekommen oder so, wer weiß, wäre ja eine ziemlich coole Art, die Regulierung komplett zu umgehen und vielleicht ist das ja das eine Element, was uns endlich die Innovation bringt, die wir in diesem aktuellen Bullenmarkt so dringend brauchen. Bis dahin erstmal alles Gute, bis bald, tschüss!